Ich will meine Vorräte zurückhaben. Jetzt sofort! Was fällt dir ein, hier einfach einzudringen? Was fällt Ihnen ein, uns die Vorräte wegzunehmen? Das ist mein Wald. Und ich habe sie von Vincent konfisziert. Das können Sie nicht. Vincent hat sie nur gestohlen. Eigentlich gehören sie mir. Dir? Ich dachte, ihr seid eine Gruppe. Ja, sind wir. Aber ich habe das Sagen über die Vorräte. Deshalb will ich sie zurückhaben. Egal, was Vincent behauptet. Ausgeschlossen. Aber du hast Schneid. Das gefällt mir. Sag mal, was sind das eigentlich für Stifte? Die schreiben ja gar nicht. Laserpointer. Bitte? Laserpointer, die strahlen. Die strahlen. Dann zeig es mir. Na komm, du darfst dir als Belohnung ein paar Sachen von diesem Tisch aussuchen. Und dann ich, ich gehe auf jeden Mal, was ihr kriegt. Ich habe hier eine Musik. Und dannήςesch кил inventions.